Freistaat Thüringen So digital ist Thüringen Es spricht der Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Wolfgang Tiefensee. So digital ist Thüringen Liebe Thüringerinnen und Thüringer, Frage, wie digital ist Thüringen? Seit gut fünf Jahren treiben wir für Sie die Digitalisierung in unserem Bundesland voran. Von Unternehmen, Schulen und Hochschulen, Verwaltung bis zur Gesundheit, dem Verkehr erarbeiten wir Strategien dafür, wie wir von der Digitalisierung in allen Lebensbereichen profitieren können. Viele tolle, visionäre Projekte sind daraus bereits entstanden. Mit der Videoreihe So digital ist Thüringen möchten wir Sie an diesen Projekten teilhaben lassen. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise zu spannenden Geschichten eines digitalen Thüringen. Lassen Sie sich inspirieren. Hier, Wolfgang Tiefensee. So digital ist Thüringen. Im Auftrag des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft.